Was ist Ihnen heilig? Heilig, das ist eine Person, die Gottes Willen macht, in jedem Moment seines Lebens. Jesus hat es gehabt. Ich bin gekommen, nicht mein eigenes Willen zu erfüllen, aber Willen von meinem Vater. Und das ist eine Entscheidung, die Entscheidung ist sehr wichtig. Wir haben viele Aktivitäten, aber wir brauchen nur eine, Gottes Willen. Welches ist Gottes Willen in jedem Moment? Und das ist auch heilig. Vielen Dank.